Maurice Lacroix hat lange Zeit keine designierte Taucheruhr mehr im Programm gehabt. Das erinnert sich mit der aktuellen Neuauflage der Pontus S-Diver, die 2016 eingestellt wurde, um Platz für die Icon zu machen. Für die Lancierung hat Maurice Lacroix uns nach Dubrovnik in Kroatien eingeladen und da konnte ich die Uhr dann auch gleich beim Schnorcheln ausprobieren. Das Video entstand in Kooperation mit der Marke. In Dubrovnik, auf der kleinen Insel Kolochep und bei Sunshine konnten wir uns aus erster Hand ein Bild von der neuen Pontus S-Diver machen und euch die Taucheruhr sozusagen in freier Wildbahn zeigen. Gegen Ende konnten wir die Uhr dann auch noch auf einem Schnorcheltrip in der Aria ausprobieren. Die Pontus S-Diver gab es wie im Intro gesagt eigentlich schon mal, wurde aber 2016 eingestellt. Die Gründe lagen mehr oder weniger in der Neuorientierung der Marke und der Einführung der erfolgreichen Icon-Kollektion. Das lassen wir uns aber am besten von Stefan Baser, dem CEO von Maurice Lacroix erklären. So it was a very successful watch, but in 2016, actually, most of you know, we launched the Icon. And when we launched the Icon, we knew that there was a mechanical, sporty, and diving tool watch that was coming out. But we knew in 2016 we launched the Venture. So based on data, we had to make a tough choice. It was a really tough choice at that time because Pontus was doing well. Tatsächlich hat sich die Icon daraufhin auch zum Verkaufsschlager innerhalb des Markenportfolios entwickelt und hat sogar dafür gesorgt, dass sie das Verhältnis von batteriebetriebenen Uhren gegenüber mechanischen Modellen stark ins mechanische verschoben hat. Jetzt jedenfalls ist man bereit, die Kollektion auch wieder in Richtung Pontus zu erweitern. Nach den Pontus Chronographen, zu denen wir letztes Jahr ebenfalls ein Video gemacht haben, kommt nun also auch wieder eine Taucheruhr. Und die ist der Icon in diesem Metier auch wirklich überlegen, trumpft nämlich mit 30 Bar Wasserdichtheit auf. Gleich in zwei permanenten Stahlvarianten und einer limitierten Bronzeversion mit blauem Zifferblatt erlebt die Pontus S-Diver nun ihr Comeback. Das stählerne Kollektionsmodell ist mit Zifferblatt in Schwarz oder Weiß erhältlich. Ersteres ist dabei körnigstrukturiert und bietet orangene Akzente. Die Variante in Weiß dagegen erhält ein glatt lackiertes Zifferblatt mit blauen Akzenten. Die dritte Variante im Gehäuse aus Bronze trägt wiederum ein gekörntes Zifferblatt mit weißen Details. Ist auf 500 Exemplare limitiert und die konnten wir leider nicht filmen für dieses Video. Das Zifferblatt bietet aufgesetzte Stundenmarker mit ordentlich Leuchtmittel. Wie das im Dunkeln aussieht seht ihr hier. Die innenliegende Drehlinette wird mit der Krone auf 2 Uhr verstellt. Dabei rastet sie nicht oder kaum ist also stufenlos einstellbar und das in beide Richtungen. Beim Verschrauben der Krone wird sie sicher festgestellt. Für jede neue Auflage gibt es natürlich auch ein Vorbild. Das Original von 2013 hatte noch ein Heliumventil und war sogar bis 60 bar wasserdicht. Und obwohl die neue Taucheruhr mit Datumsanzeige und innenliegender Drehlinette mit 60er Skalierung ihrem Vorbild gestalterisch sehr nahe kommt, wurde sie technisch doch etwas abgespeckt. So wurde die Pontus S Diver um ihr Heliumventil erleichtert und hält eben nur noch bis zu einem Druck von 30 bar dicht. Auf dem ersten Blick wurde die Pontus S Diver also sozusagen downgegradet. Und warum das so ist, rechtfertigt Vasa im persönlichen Gespräch mit verringerten Abmessungen beim Gehäuse, das jeweils um 1 mm im Durchmesser und um 2 mm in der Höhe schrumpft. Und auf diese Weise, so sagt er, soll die Pontus S Diver publikumstauglicher werden und kann darüber hinaus auch deutlich günstiger angeboten werden. So denkt Maurice Lacroix, eine größere Zielgruppe anzusprechen und geht wohl davon aus, dass der Preis ein größeres Kaufargument als die absolute Profi-Ausstattung ist. Denn ansonsten, so erklärt es uns Stéphane Vasa, wäre die Uhr rund 1500 Euro teurer geworden. Die beste Figur macht die Pontus S Diver mit ihren auffälligen Farben aber tatsächlich in der Sonne und vor einem maritimen Hintergrund. Und obwohl es mich etwas Überwindung gekostet hat, habe ich die Pontus S Diver dann auch noch mit in die Adria genommen auf Schnorcheltuch. Zugegebenerweise in Ufernähe und in geringen Tiefen bei 300 Metern Wasserdichtheit war das natürlich keine Herausforderung für die Taucheruhr. Für mich allerdings schon etwas, immerhin musste ich das Ganze ja auch filmerisch festhalten. Zum Glück gibt es dafür aber diese coolen Aufnahmen unter Wasser mit Fischen und Felsen. Ich hoffe für meinen Einsatz habe ich mir euer Abo und einen Daumen nach oben verdient. Einen Link zur Uhr gibt es in der Beschreibung. Schaut doch mal dort vorbei. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.